Ah, so, Test, Test, 1, 2, nehmt das auf? Ah, okay, ähm, guten Tag, guten Tag Ihnen allen. Heute wollen wir über nachhaltige Entwicklung sprechen und beginnen bei einer Frau, Gro Harlem Brundtland. Da ist sie schon. Sie ist die erste, die bei der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 1987 von Nachhaltigkeit spricht. Und hier beginnt unsere Reise. Ach ja, ich bin Lisa. Das ist Hector. Wir sind zwei Ingenieure der Radici Group, einem der international führenden Chemiekonzerne für Kunststoffe und Synthetikfasern. Unsere Produktionskette. Ach ja, das heißt alle Aktivitäten, Technologien und Ressourcen, die zur Schaffung, Umformung, Verteilung, Vermarktung und Lieferung eines Produktes nötig sind. Wo war ich? Also unsere Produktionskette umfasst alle Schritte zur Herstellung von Polyamiden. Das heißt dem Nylon der Strumpfhose, die als Polymere verkauft werden und zwar in Form von Fäden und Granulat oder Chips. Unsere Produkte werden als Fäden in folgenden Bereichen eingesetzt. Kleidung, Sport, Einrichtung oder sie werden mit Zusätzen spezialisiert, um spezifischen mechanischen Anforderungen zu entsprechen und dann verarbeitet zu werden zu Autoteilen, Haushaltsgeräten oder Elektro- und Elektronikbauteilen. Wir setzen uns für eine Optimierung der Ressourcen ein, verwenden erneuerbare Energien und recyceln, wobei unsere Arbeit von externen Kontrolleuren überprüft und zertifiziert wird. Aber klären wir das Konzept mit einem Beispiel. Recycling ist die Grundlage des gesamten Systems der Radici Group. Es gibt da das interne Post-Industrial, das die Abfälle der Abteilung Fasern verwertet. Nicht zu neuen Fäden mit hohen Energiekosten, sondern im Bereich Plastik, wo sie zu Produkten erster Klasse werden und die Eigenschaften, die für die Verarbeitung von Polyamiden besonders wichtig sind, beibehalten. Und dann gibt es das Post-Consumer-Recycling. Ein Prozess, der es ermöglicht, aus den Splittern gebrauchter Plastikflaschen geeignetes Material für Polyesterfasern zu gewinnen, die dann in der Bekleidungs- und Einrichtungsindustrie verwendet werden. Ihre Qualität ist mit der des komplett neuen Rohstoffs vergleichbar. Darüber hinaus forscht die Radici Group auch im Bereich Biopolymere mit der Herstellung von Fäden aus verarbeitetem Pflanzenzucker. Nachhaltigkeit betrifft auch die verwendeten Energieformen. Unser Partner GeoGreen versorgt unsere Polymerisationsanlagen zu 100% mit erneuerbarer und zertifizierter grüner Energie. Das mit Methan betriebene KWK-Kraftwerk Novell, der Radici Chimica Novara hingegen, erzeugt sowohl elektrische Energie als auch Dampf und reduziert die Emissionen dank der kombinierten Fahrweise um 35%. Tolle Resultate, doch uns erwartet eine weitere Herausforderung. Das Ökoprofil des Produkts. Das aus der LCA oder Ökobilanz resultiert. Eine Analyse der Umweltwirkungen eines Produkts während seines gesamten Lebensweges sowie aller energie- und umweltrelevanten Entnahmen. Unsere erste Studie hat den Bruttoenergieverbrauch GER. Hector, bitte! Also die zur Herstellung von Polyamiden nötige Energie festgestellt und den Beitrag zum Treibhauseffekt GWP, wobei die Produktionsschritte mit den höchsten Umweltbelastungen deutlich wurden. Durch die LCA haben wir die Umweltbelastung unserer Produktionsprozesse reduziert und ein Modell für weitere strategische Produktstudien entwickelt. Details finden Sie im Nachhaltigkeitsbericht, der den neuen internationalen Standards entspricht und unsere nachhaltige Produktionskette veranschaulicht. Also dann, ich hoffe, wir hoffen, Ihnen das nachhaltige Konzept der Radici Group etwas näher gebracht zu haben, das im Unternehmen von jedem Einzelnen umgesetzt wird. Denn jeder kann im kleinen Rahmen zu einer besseren Zukunft für alle beitragen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal! Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal!